Wenn du dich jetzt wunderst, was du hier für Töne hörst im Stimme-wirkt-Podcast, das ist eine wunderbare Möglichkeit, deine Stimme aufzuwärmen, ob du jetzt singen willst zu Weihnachten oder ob du einfach eine aufgewärmte Stimme für deine nächste Präsentation oder für viele Gespräche über die Feiertage benötigst. Und wie das geht, bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Herzlich willkommen im Podcast Stimme wirkt. Als Kind schon habe ich die Singerei zu Weihnachten nicht so wahnsinnig geschätzt. Erst viel später in meinem Leben habe ich die Liebe zu gesungenen Tönen entdeckt. Und das begleitet mich ja heute, wie ihr euch unschwer vorstellen könnt, auch als Stimmcoach. Lieber Andreas Giermeier, der du freundlicherweise auch heute wieder mein Gesprächspartner bist, bei einem etwas eigenwilligen und ein bisschen kuriosen Thema. Was habe ich denn da ganz am Anfang getan? Es hat geblubbert. Ihr habt es jetzt vielleicht gehört. Wir haben ja im Zuge unserer Auseinandersetzung hier in diesem Stimme wirkt Podcast das eine oder andere Mal über das Aufwärmen der Stimme gesprochen. Dass das etwas ist, was die Stimmprofis auf alle Fälle unaufgefordert tun, weil sie wissen, dass der Kaltstart für die Stimme nicht so besonders günstig ist, aber dass den meisten Menschen, die ihre Stimme halt so den ganzen Tag über nutzen, gar nicht bewusst ist, wie viel Potenzial sie verschenken, wenn sie ihre Stimme nicht ein klein bisschen aufwärmen. Andreas, wie hat es denn für dich geklungen? Hallo! Als erstes einmal ein gesungenes Hallo, dir und euch. Ja, Stimme aufwärmen, ganz ehrlich, ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wenige nur machen, zumindest nicht Schauspieler oder nicht Sprecher. Und dabei ist es aber wahrscheinlich mindestens genauso wertvoll und wichtig wie beim Sport. Weil wir wissen ja, wenn wir nicht richtig aufgewärmt sind, dann neigen wir eher dazu, uns Verletzungen zuzufügen und so manches mehr. Und vor allen Dingen können wir das nicht leisten, wozu wir eigentlich zum Leisten instande wären. Ganz genau, es geht ums eigene Potenzial. Und vor allen Dingen beim Singen, das ist dann so jetzt vielleicht für die meisten nicht unbedingt das tägliche Business ist, könnte es sich, naja. Naja, es ist mir nur durch den Kopf gegangen, weil in meiner Familie, als meine Eltern noch lebten in meiner Familie, war es tatsächlich Tradition. Mein Vater saß am Klavier. Oh, schön. Hausmusik? Ja, da gab es Hausmusik. Also zu Weihnachten wurde tatsächlich gesungen. Mein Vater hat sich ans Pianino gesetzt und hat immer so ein kurzes Intro. Er hatte so ein altes Notenheft mit Weihnachtsliedern fürs Klavier und hat dann immer ein paar Takte davor so ein kleines Intro gespielt, damit man wusste, welches Lied jetzt kommt. Und dann haben wir gesungen. Irgendwie war es schon ergreifend, auch für mich als Kind. Es war immer, diese Weihnachtslieder haben einfach einen emotionalen Gehalt. Das löst etwas in einem aus. Aber gleichzeitig habe ich mich immer ein bisschen geniert und es war ein bisschen eigenartig. Was mich heute dazu bringt, ist, wir haben uns in unserem Podcast hier schon öfter mal über Möglichkeiten unterhalten. Wie kannst du denn in ganz kurzer Zeit, in wenigen Sekunden und ohne viel Primborium und ohne viel Aufwand deine Stimme fit für das machen, was dann kommt. Ob du jetzt ein Meeting hast mit einer Präsentation, ob du heute, wie es heute ist, schon wieder das nächste Zoom-Meeting hast und du merkst, nach dem vierten Zoom-Meeting wird deine Stimme ein bisschen schwächer. Oder ob du zu Weihnachten, ich weiß ja auch nicht, einer Familie etwas vorlesen sollst oder deinen Kindern am Abend etwas vorlesen willst. Heute gibt es eine kleine Extraportion Warming-Up für die Stimme. Oh, Tannenbaum. Wie treu sind deine Blätter. Ihr habt ja jetzt leider den visuellen Eindruck nicht. Ihr habt ja schon gesagt, er wird jetzt eine Übung gleich anleiten, eine Bauanleitung. Und die könnt ihr, das habe ich mir jetzt sofort eingeredet, auch runterladen danach, damit das ein bisschen einfacher ist. Weil in dem Fall lohnt sich wirklich der visuelle Anteil, ganz ehrlich. Ja, ich kann euch nur empfehlen, geht bitte auf arno-fischbacher.com slash podcast. Dort könnt ihr auch die ganzen Podcast-Episoden hören, aber dort findet ihr einen Download-Link für ein kleines Arbeitsblatt mit ein paar Infos und für eine Bauanleitung für diese kleine wunderbare Stimmaufwärm-Maschine. Also Maschine, um Gottes Willen, für dieses Gerät oder wie soll man das nennen, technisch nennen. Große Vokabeln, mach Maschine. Genau, wir machen was ganz Großes. Ja, ja, ja. Das ist die Voice-Machine, die Voice-Power-Machine. Es ist so toll und so einfach, denn du brauchst nichts anderes als eine Wasserflasche, eine Cola-Flasche, eine Getränkeflasche, eine Bierflasche, was immer du zur Hand hast. Was halt von Weihnachten über bleibt. Oder von Silvester, das wäre dann wahrscheinlich die Sektflasche. Ganz egal. Jedenfalls, die sollte leer sein. Du wäschst sie aus und füllst ein Viertelliter, ein Drittelliter Wasser hinein. Also nicht besonders viel. Also du füllst die Flasche zu maximal einem Drittel mit Wasser an. Und dann nimmst du, und dazu ist gut, wenn du eine kleine Anleitung runterlädst, dann nimmst du so einen kleinen Silikonschlauch. Das gibt es mittlerweile. Oh, dank des Internethandels kriegst du das auch im Internethandel für ein paar Euro beordert. In der richtigen Länge, in der richtigen Dicke. Aus lebensmittelechtem Silikon. Und das ist so etwa 40 Zentimeter lang, dieses Teil. Gibt es fertig eingepackt, hygienisch verpackt. Ich habe mir es auch bestellt. Gebe zu, ich wüsste nicht, wo ich es in Salzburg sonst einkaufen kann. Und das steckst du in diese Flasche hinein. Und dann tust du das, was du als Kind hundertprozentig mit Getränkeflaschen und einem Strohhalm getan hast. Du hast nämlich nicht ordnungsgemäß an dem Strohhalm genuckelt, um zu trinken, sondern du hast... Ja, genau. Ja, genau. Ihr seht es leider nicht bei ihm. Geht da die Flasche. Er versaut sich. Alles gut, alles gut. Alles gut, Arno, alles gut. Kann man wieder wischen. Meinen Notizblock habe ich mir jetzt versaut und habe Gott sei Dank einen Pop-Schutz vor meinem teuren Mikrofon. Der hat jetzt kein Wasser abgekriegt. Also jedenfalls, du blubberst. Du machst richtig Luftblasen. Und nicht so wie ich zuerst mit voller Wucht hineinblasen. Das macht nämlich keinen Sinn. Sondern du dosierst. Du dosierst die Luft, die du hier hineinschickst. Und als allererstes probierst du es wirklich mal ohne Stimmton aus, sondern nur mit Luft. Und blubberst. Und du kannst jetzt den Widerstand dosieren, indem du diesen langen, etwas dickeren Strohhalm entweder weiter ins Wasser hineintauchst oder ein bisschen weiter herausziehst, dann ist der Widerstand gegen die Luft, die du da hineinschickst, geringer. Die Technik, die jetzt hier dahinter steckt, ist unwahrscheinlich einfach und wirkungsvoll und ist sowohl im Stimmtraining ein probates Mittel als auch wird im klinischen Gebrauch. Also wenn du mit der Lunge irgendwelche Probleme hattest, du hattest eine schwere Bronchitis oder eine Lungenentzündung oder so wie ich im Vorjahr, irgendwie so eine Entzündung in den Bronchien, wo dann so kleine Erweiterungen entstanden sind. Siehe da, dann haben sie mir eine Checkliste in die Hand gedrückt. Da war mit Hand gezeichnet eine Wasserflasche und so ein dicker Strohhalm. Ich soll mir das besorgen und soll täglich blubbern. Die kleine Erweiterung, die ich euch empfehle fürs effektive Stimmtraining, fürs Stimmaufwärmen, ist, dass du nach dem anfänglichen lautlosen Luft hineinpusten, dann im nächsten Durchgang deine Stimme dazu tust, und einfach so einen langgezogenen Ton produzierst, während du im Wasser Luftbläschen blubberst. Ich sehe jetzt gerade hunderte und tausende Leute daheim rein blubbern und sowas wie anrichten. Die ganze Nation wird so blubberern werden. Der faszinierende Hintergrund dieser Technik, ich habe sie vor vielen, vielen Jahren bei einer der internationalen Voice-Symposien in Salzburg kennengelernt, die mein guter Freund Dr. Josef Schlömmicher-Tier, der auch hier zu Gast war, in einer der letzten Episoden in diesem Podcast Stimmarzt vom Beruf ausgerichtet und organisiert hatte. Dort habe ich ein richtiges Seminar gemacht mit Zertifikat für die sogenannte Lachs-Vox-Technik. Und wird heute auch anders genannt, das ist halt immer so, da werden Techniken entwickelt und die gehen dann in die Breite und das kann es im Grunde jeder nachmachen und man kann nichts falsch machen. Wenn du jetzt aber den Stimmcoach in mir fragst, warum ist das eigentlich wirkungsvoll? Warum ist das eigentlich wirkungsvoll, das Reinblasen? Manche denken sich jetzt, was tut der Mann da? Das will ich nicht, was tut der da? Warum soll ich das machen? Warum sollte ich nächstens meinen Kindern nicht verbieten, beim Limonadetrinken in den Strohhalm hineinzublasen? Nein, sondern man sagt denen, jetzt tu doch einfach auch noch meinen Ton dazu und jetzt summ doch eine Melodie, dazu kommen wir gleich. Weshalb ist das eigentlich wirksam? Naja, deine Stimme, was braucht sie? Was sind also die drei großen Zonen in deinem Organismus, die für die Produktion von Stimme und Sprache zuständig sind? In der Mitte drinnen ist der Kehlkopf, der wird immer hauptverantwortlich gemacht für das, was rauskommt aus dem Mund, aus Stimme und aus Sprache. Der Kehlkopf. Im Kehlkopf allerdings sollten die Muskeln möglichst wenig zu tun haben und sollten bitte um Himmels Willen ganz frei im Kehlkopf drinnen hängen, könnte man sagen, alle Viere von sich strecken und sagen, okay, ich bin völlig entspannt, ich bin da. Ja, tut bitte mit mir, wenn ihr es für nötig haltet, aber tut es bitte in der richtigen Art und Weise, sodass ich belebt hin und her flattern kann und dann klinge ich super gut. Gut, also Kehlkopf. Was brauchen wir noch? Oberhalb des Kehlkopfes brauchen wir alle Muskeln zur Artikulation und die lassen wir heute mal außen vor. Wir kümmern uns um die dritte riesige Zone, nämlich alles, was unterhalb des Kehlkopfes an Muskeln die Atmung produziert und jenen Wind verursacht, der die Stimmlippen im Kehlkopf zum Flattern, also zum Produzieren der Stimme bewegt. Zählt das Zwerchfell noch mit dazu? Ja, das ist in erster Linie das Zwerchfell, weil unser Zwerchfell ist ja eigentlich der Blasebalg, Das war eben jetzt mein Gedanke dabei, ja. Genau, die Lungen sind ja nur der Schwamm, der die Luft aufnimmt beim Einatmen. Also da wölbt sich das Zwerchfell nach unten, macht den Lungenschwamm einfach größer, der breitet sich aus und die Luft strömt ein. Und wenn in dem Moment, in dem der Sprechimpuls kommt, da atmen wir ja dann aus, dann lässt das Zwerchfell los, das schnellt nach oben und die ganzen Hilfsmuskeln und der Oberkörper, der Brustkorb, der wird wieder enger, der fällt ein bisschen zusammen und dadurch atmen wir aus. Und dieses Ausatmen, wenn das aber jetzt ruckartig erfolgt, dann stresst es unsere Stimme und dann müssen sich die Stimmbänder unglaublich spannen und dann wird unsere Stimme eng und klingt krampfig und nicht angenehm und wird auch viel höher, als wir es uns eigentlich wünschen. Wir brauchen also ein aktiviertes Zwerchfell und vor allem die Muskeln, die das Zwerchfell unterstützen in unserem Brustkorb, Atemhilfsmuskulatur heißt das. Genau, im Lendenbereich, die Balancemuskulatur etc. Die müssen wir aufwecken. Und das ist die große Stärke von dieser Blubber-Technik, denn um einen, ja eben, als erster habe ich wild reingeblasen, großer Fehler, plups, das Wasser ist übergegangen und es hat keinen Ton ergeben. Aber im zweiten Durchgang habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren und einfach so einen gleichmäßigen, nicht zu starken, aber einen gleichmäßigen Luftstrom ins Wasser führen. Und das wiederhole ich jetzt nochmal, einfach zuerst ohne Ton. Und dann mit Melodie sogar, hast du gesagt, ja. Genau, und wenn das gut geklappt hat und wenn du das ein paar Mal getan hast, das machst du vielleicht, du weißt du, 10, 15, 20 Sekunden, je nach Spaß, ja. Und dann nimm dir doch ein Lied, irgendeins, das dir einfällt und dann plötzlich kann das so klingen. Und so weiter und so fort. Was immer dir einfällt und ich merke jetzt selbst, selbst nach diesem kurzen Blubbern klingt meine Stimme voller und tiefer. Natürlich, um jetzt einer Vorepisode anzuschließen, wäre natürlich spannend, ob der Weihnachtsmann sowas macht. Naja, der professionelle Weihnachtsmann wärmt seine Stimme ganz sicher auf, weil sonst klingt es ho, ho, ho. Und das ist ja nicht glaubwürdig, da laufen eben ja die Kinder davon. Okay. Lachs-Vox-Technik oder das fröhliche Blubbern mit Melodie. Nochmal, den Download, nochmal, ihr braucht das visuell, ich sag's euch. Das muss man gesehen haben. Gibt's bei arno-fischbacher.com slash podcast abzuholen für euch. Ganz genau. Als kleines Weihnachtsgeschenk, aber auch noch Weihnachtsgeschenk. Mit einer Bauernleitung und mit sicher einem Download-Link, wo du dir mühelos einfach so ein Silikon-Ding auch bestellen kannst, damit du es immer neben dir hast, dort, wo du viel sprechen musst. Ich habe sowohl in meinem Homeoffice so eine Flasche stehen mit so einem Silikon-Ding als auch hier in meinem Stimme-und-Stimme-RT-Office. Das steht immer neben mir und vor größeren Einsätzen wird geblubbert. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Blubbern und ich bin schon neugierig, welche Melodien euch da einfallen und wie euer Gesichtsausdruck dann ist. Also ihr könnt mir durchaus... Fotos. Schickt mir Fotos. Schickt uns Fotos. Genau. Und ihr könnt sicher sein, wenn ihr das auch wünscht, dann werden wir auf Facebook mal eine kleine Story machen mit den Podcast-Hörern, die in die Wasserflasche hinein blubbern. Da muss ich natürlich nur dazu sagen, podcast.arno-fischbacher.com Das wäre die Adresse für die Fotos und für Fragen. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein, denn ihr wisst ja, eure Stimme wirkt, ob ihr wollt oder nicht. Voice Sales. Euer Arno Fischbacher.